Untertitelung des ZDF, 2020 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 Well done. And the crowning ceremony is over. Everyone relax and enjoy yourselves. Well, since I'm here now, I might as well talk to everyone. Long time no see. Your voice is loud as ever. Pretty great fights. It's you. What? Oh, nothing. Congratulations. You're the star tonight. You're amazing, Haseo. I hope we can be friends. Ah, it's Haseo. You were great. Congrats. What are you talking about? You're one of the victors too, you know. Yeah, but you're the leader. Congrats. Uh, Kuhn was here till a moment ago. Hmm? What are you two talking about? Ladies, compared to your Dazzle, even the guest of honor would be dulled. Oh, you, if you keep giving me that kind of compliment, oh. You're so beautiful when you're embarrassed. Oh, Kuhni! That's just so light, Kuhn. You're amazing, Haseo. You're amazing, Haseo. Well, thank you. I'm going to be right back. Hey! I'm going to go. Oh, Kuhn. Oh, my God. Then, come on. Hey! Oh, my God. Hey! Hey! Okay. Hey! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es war Spaß. Wo ging Adelie? Ich glaube nicht, Kuhn. Kuhn ist weg. Ich glaube nicht, Kuhn. Kann die Star der Party sein in diesem Ort sein? Du bist, ähm, der Kommentator des Titelmatch, richtig? Haseo ist Angst. Ich glaube nicht, Kuhn ist. Er ist wahrscheinlich da draußen, um dich zu suchen. Oh nein, ich wundere mich. Ich bin sicher, dass Haseo mich nicht interessiert. Du hast eine Kampf? Ich glaube, das Problem ist mehr als das. Wir sind nicht gleich genug genug, um zu kämpfen. Ich glaube, dass er mich... hat mich. Ich bin völlig beteiligt auf andere. Und ich bin immer so lang. Es ist kein Wunder, dass er mich immer frustriert hat. Ich verstehe. Ich verstehe. Aber insofern, du willst immer noch näher zu Haseo sein. In welchem Fall, du musst in ein paar Worte, auch. Ist das nicht wahr? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Was bin ich hier? Was sind Sie hier? Es ist schon lange. Du bist nicht so irritiert. Ja. Es ist schon lange, weil Sie immer wandern. Vielleicht habe ich es. Aber auch so, nicht so, du findest du diese Szene nostalgisch, Haseo? Haseo? Hm? Alles war mit Mysterien damals. Wir müssen nicht darüber sprechen, nicht hier. Searching für etwas, das vielleicht nicht existiert, eine Reise ohne ein Bestand. Every day war es zu sein, aber es war genug für uns. Haseo, ich selbst und Shino. Mit den drei von uns hier, ist es fast wie wir zurückkommen zu den Tags der Twilight Brigade. Stopp! Entschuldigung, was du sprachst? Oh, welche Brigade? Und wer ist Shino? Oh, hast du Haseo nicht gesagt? Stopp! Bevor er wurde ein PKK, Haseo war ein Mitglied von meiner Gilde, die Twilight Brigade. Unsere Gilde war für ein preciouses Objekt. Ein Objekt? Was war es? Vielleicht hast du es gehört. Die legend der Key der Twilight. Entschuldigung. Entschuldigung, ich weiß es nicht. die größte in der Welt. Ein mythical Item, said to be an all-powerful key that could grant the Possessor any wish. So, Shino war ein Teil von Ihrer Gilde und du warst für sie? Das stimmt. Sie war ein Mitglied der Twilight Brigade. Aber sie... Das ist genug, Ovan! Halt ein Jahr war sie PK während der Welt und seitdem sie nie hat sie in einmal und wir konnten sie kontaktieren. War es der PK? Shino und Haseo waren sehr nahe. Ist das richtig, Haseo? Shino benutzt den gleichen Charakter wie du. Entschuldigung was das bedeutet? Shino ... 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 Oh, ... ... ... ... ... Hey, warte! Warte mich allein! Warte, warte, Adelie! Warte! 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 Warte, Warte! 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 Ich habe mich in der Arena gearbeitet. Das ist warum ich so hart studiert habe, über die Art, die Spiele, die verschiedenen Jobs, und die Zeit für die Recoverung. Alles. Ich wollte Sie schreien. Ich wollte Sie mich aufzuhören. Du... Aber das war alles für nichts. Du... Du bist nicht mit mir geschehen! Nein! Du warst nur auf Shino all diese Zeit! Gott, ich bin so ein Idiot! No matter what! Es gibt keine Grund für das! Wenn du nicht auf mich schreierst... Adelie... Da ist er! Da ist er! Die Star der Nacht! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Komm zurück in die Halle mit uns! Seine Ahnung? Wir können keine Ahnung finden. Hm... Vielleicht hat sie aufgerissen. Dann... Es ist Zeit für eine Zeit. Gut gemacht, Haseo! Bis zum nächsten Mal, Haseo! Bis zum nächsten Mal! Wiedersehen! Oh Vaughn. Was ist es? Was bitte? Atelie... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.ataly.com 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 Huh? Nachdem sie nach Machinu zurückgekehrt, aus der Tournament Kräunung, sie benutzt die Chaos Gate, um sich zu einer anderen Umgebung zu transferieren. Aber es gibt keine Rekorde im System von ihren Aufwandern. Sie nicht aus dem Spiel aus dem Spiel, aber... Wir haben keine Rekorde, zu finden sie in dem System. Es scheint, dass ihre Charaktere außerhalb des Normales Parametern, irgendwie. Wo ist sie? Die Erklärung, die sie in der Chaos Gate, in der Fall war, war Delta-Hidden-Forbidden-Bulwark. Sie ging auf die Lost-Ground von Morik-Boro. Ich habe die Ordnung zu Pai und Kuhn gegeben. Ich habe die zwei von ihnen mit dir, und herausführe die Sache sofort. Bim! To think that you would give me information. Was it none of my business? What is your objective, Ovan? Simply for us, they ought to grow. On that point, I believe our goals are in accordance with each other. Fine. I will accept your words at face value, for now. Very good. Now then. For a Haseyu to grow up. Interesting. For a Haseyu to grow up. Interesting. For a Haseyu to grow up. For a Haseyu to grow up. The heart of the Pemina. The heart of the Pemina is also in a position. The daughter of Pemina.